Jetzt um den Mann mit der 7, in den Kreitfeld. Das ist die Stelle, in der letztes Jahr... Wollen wir das übersetzen? Nein, 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 um Gottes Willen, er hat aber die Schaltung geschimpft. Er kann keinen Gang einlegen, er kann keinen Gang einlegen, sagt er. Ich stecke fest und kann das Auto nicht mehr bewegen. Dann mach den Motoraussteller ab und mach, dass du da wegkommst. Jetzt rollt das Auto wieder. Jetzt hat man ihn zumindest mal von der Ideallinie, beziehungsweise der Spur da herunter. Ja, David Colter hat Mark, der war noch nicht drin. Was heisst das für seinen weiteren Rennverlauf? Hinter ihm 15 Sekunden Robens Barrichello, gegen den dürfte er einen verlieren, aber... Wie ist es mit Reykönig? Der liegt auf 5. Ja, den müsste er eigentlich kriegen, gell? Ja, und somit würde...